Hallo, ich bin Nate Metz. In letzter Zeit hat Cincinnati keinem Ergebnis geführt hatten gute Wiener. Es gibt zuweile Konserverungsstoffe und Nähten und Haberschnetzel Wienerwürzchen. Was ist ja gut einem Wiener zu? Es ist grob. Hier in Metzmietri haben wir Neofritzer Wiener mit Wurst, Bratwurst und Götter. Sie können alle die Würste für einen gestiegenen Brei zu kaufen. Führen Sie Ihren Mund mit unseren Weinerwürzen. But seriously guys, come on down to Linwood Avenue, right between a Mount Lookout and Hyde Park in Cincinnati, Ohio. I'm sure you know the place, it's only the greatest city in the world. And try our authentic German Meadery, Metz's Meat. Our worst is the best.